Aui! Meine Linie, Bro! Was zum... Was zum... Bro, was ist passiert, Mann? Bro, bist du's? Ich seh kaum was. Es ist vorbei. Ich geb den Löffel ab. Bruder, wer hat dir das an? Sprich nicht. Sprich nicht. Du warst für mich schon immer ein guter Freund. Ich nutze immer. Dein Netflix-Account wird nutzen. Du Ehren, Mann. Doch, bevor ich stehe... Ach... Kannst du mir doch einen nächsten Gefallen tun? Jeden, Bro. Jeden! Kannst du... Ja? Kannst du... Ja? Kannst du mir ein bisschen Geld laden? Nur ein bisschen, Mann. Ey, mach mal nicht auf den. Ey, die Wirtschaft läuft nicht gut. Mal ein bisschen Kleingeld, mal ein bisschen. Heute stelle ich euch vier Freunde vor, die jeder Anime-Fan kennt. Jaui! Hä? Freunde zu haben ist was Tolles. So hast du leider keine. Woher willst du das denn wissen? Kuro, du weinst jeden Abend in der Dusche. Genau. Das Ende von Clan Earth setzt mir halt immer noch zu. Ich hab letztens gesehen, wie sogar dein Spiegelbild keinen Bock mehr auf dich hat. Hä? Bro? Freunde zu haben wäre was Tolles. Gerade als Anime-Fan hat man's mit ein paar Kandidaten echt nicht einfach. Zum Beispiel der eine Freund, der wirklich drei Anime geschaut hat zu der Pokito-Zeit und einen auf Mr. Allwissen macht. Ah, mir bist du's? Hey, Mann! Voll krass, was bei dir läuft mit dem Anime-Channel und so. Durch YouTube-Star. Ja, Hobby zum Beruf gemacht und so. Krass, Mann! Krass! Du musst wissen, ich bin ein riesiger Anime-Fan. Von daher, du musst über Pokémon reden. Ich sag's ja nur. Ja, mittlerweile gibt es allerdings schon ein paar neuere Serien, die ich unter die Lupe... Nein, nein! Die sind alle nicht so. Mach über Pokémon. Das ist schon sehr gut. Ich bin echt lieb, dass du Gedanken machst. Wirklich. Aber... Mach über Pokémon! Ist das eine Waffe? Machst du über Pokémon? Sag es! Ich mach über Pokémon! Lauter! Ich mach über Pokémon ein Video! Und jetzt tauscht jetzt so einen irischen Früchthans! Ich mach über Pokémon ein Video! Lauter Vogelang! Lauter! Ich mach Pokémon ein Video! Den Freund kennt doch wirklich jeder, oder? Noch schlimmer ist aber der Freund, der sich einfach nicht überzeugen lässt, verdammter Anime zu schauen! Mann! Komm schon, Mann! Eine Folge nur! Nein! Du hast doch gar keine Ahnung, worum es geht! Dir wird's gefallen! Glaub mir! Was verstehst du daran nicht? Anime sind nicht mein Ding! Aber wieso? Wieso? Bro, die sind für Kinder und Männer mit Erektionsproblemen! Du hast ja irgendwo recht, aber das wird dir echt gefallen! Glaub mir! Das war's, Mann! Es wird mir zu viel, Mann! Hey! Komm! Oh, endlich meine Ruhe! Bro, bitte nur eine Folge! Nein heißt nein! Hier wird er mich nicht so leicht finden! Gib Demon Slayer eine Chance! Natürlich haben wir Otaku auch Otaku-Freunde! Die meisten davon sind ziemlich ghoul! Doch ein paar von denen wissen einfach nicht so ganz, wo die Grenze ist! Jungs, bitte sagt mir, ihr habt die neue Staffel von Attack on Titan gesehen! Die ist von einer anderen Welt! Ehrlich? Ich wollte letztens, aber ich hatte keine Zeit! Lass es sein! Was? Lass es einfach! Der Anime ist viel zu überbewertet und viel schlechter als die Manga-Vorlage! Das ist deine Meinung! Und wie das meine Meinung ist! Jungs! Entspannt euch! Zur Abkühlung würde ich sagen, schauen wir eine richtig nette Folge One Piece! Mainstream-Trash-Serie! Und dann der eine Typ aus dem Freundeskreis, der keinen Plan von Anime hat und nur mit auf Anime-Conventions geht, um sich eine Cosplayerin zu klären! Jungs, ich bin richtig gehypt auf die Con. Richtig krass. Jungs, und ich erst. Hey Bro, wer ist eigentlich dein Kumpel, den du mitgenommen hast? Ach der, der ist neu in der Szene. Ehrlich? Was ist dein Lieblingsanimes? Ja, ich liebe Drake & Josh. Äh, Bro? Ah, weißt du, er ist eher so der Manga-Typ. Ah, ey, findest du nicht auch, dass der Manga von Guns richtig underrated ist? Ja, um ehrlich zu sein, ich steh nicht so auf Mangos im Obstsalat. Bin mehr so der Döner-Typ. Äh, ja okay, er kommt nur mit, was ich die Cosplayerin klären will. Was? Wieso habt ihr das nicht gleich gesagt? Let's go! Und das alles war nur eine kleine Auswahl an Freunde, die Otaku haben. In meinem Buch Otaku Stories vertiefe ich das Thema noch viel, viel mehr. Erzähle euch von meinen lustigsten und verrücktesten Otaku-Stories. Rund um die Themen peinliche Otaku-Momente, schiefgelaufene Dates mit Otaku-Girls. Wie meine Eltern und Schulkameraden auf dieses ganze Otaku-Dasein reagiert haben. Und vieles, vieles mehr. Dazu gibt es natürlich für die Manga-Freunde unter euch viele, viele gezeichnete Seiten. Und ihr könnt es sogar jetzt schon vorbestellen. Also schlagt zu mit dem Link ganz oben in der Beschreibung. Welche Freunde kennt ihr sonst noch? Ey, es gibt viel, viel zu viele von diesen Pissern. Rein damit in die Kommis. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euren Neutschen-Schenen auf. Ihr wisst, was jetzt kommt. Und... Aui! Boom.